Norddeutscher Rundfunk 2021 Japano-Schlampen erleben schlampige Abenteuer Total schlampig Japano-Schlampen Schlampig gezeichnet, schlampig animiert Total stumpfe, animisch heiße Japano-Schlampen Ein abgekartetes Spiel Hey ihr da, kommt schnell her Hier in der dunklen Gasse sind sehr niedliche Kaninchen-Babys Die will ich sehen Wacke, warte Wo sind die Kaninchen-Babys? Du bist blind in meine Falle getappt Und nun werde ich dich zu einem Kindersammelkartenspiel herausfordern Möge das Duell beginnen, zuerst wähle ich eine Waschenkarte Tödliches Todesklingenschwert des Todes Mal sehen, was mein Kartendeck für ein grausames Monster dazu für dich bereit hält Giraffe Was ist denn da los? Du bist bescheuert, lass uns abhauen Fusion Zu Todesklingen-Augen-Ultra-Todes-Giraffe des Todes mit Klingen Tja dein Kindersammelkarten Monster ist wirklich heftig, aber es wird nicht lange standhalten Gegen mein Pilzequartett Flockenstieliger Hexenröhrling Äh, ja, und auch ich habe ein Kartenspiel dabei. Es ist ganz normal. Ha! Acht. Das heißt, der Nächste muss aussetzen. Kling, Giraffe. Mach sie fertig. Durch Zerschneiden bekommt der flockenstielige Hexenröhrling eine bläuliche Färbung. Außerdem hat er Ähnlichkeit mit dem ungenießbaren Satansröhrling. Ha, dann die Giraffe hat sich selbst aus der Gefecht gesetzt, weil sie jetzt nicht mehr weiß, ob der Blitzkirrn nicht oder essbar ist. Oh, nein. Gut gemacht, Wacke. Jetzt bin ich wieder dran. Ha! Noch mal eine Acht wieder aussetzen. Du hast vielleicht meine Giraffe besiegt, aber du hättest besser aufpassen sollen. Ich hatte die ganze Zeit noch eine versteckte Karte aktiviert. Mega-Kettensägen-Ultra-Höllenfeuer-Tentakel-Giftmonster. Nein, Wacke, du musst unbedingt eine gute Karte ziehen. Ja, ich habe noch einen ganz besonderen Pilz. Jetzt bin ich aber gespannt, mit was für einem Pilz du mich noch besiegen willst. Atompilz. Ja, das war's wieder von den Japanisch-Lampen. Tja, Kinder, man muss nicht immer Fernsehen oder Computerspiele spielen. Auch mit einem lustigen Kartenspiel kann man sich die Zeit vertreiben und auch noch etwas dabei lernen. Ja, ich habe ihn nicht mehr vertreiben. hundred-höhnt. Apalm im Filz. Die Untertitelung ist ja nicht mehr. Du bist ja nicht mehr. Du bist ja nicht mehr. Du bist ja nicht mehr. Vielen Dank.